Hallo Freunde, Hallo bei ELS, Hallo OMS, hier spricht Oskar Q1 Victor Romeo Bravo. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den digitalen Betriebsmodus FT8 auf einem SDR einstellen und verwenden könnt. Ich verwende dazu ein SunSDR 2 Pro. Ich nehme jedoch an, dass es auf allen anderen SDRs ähnlich einzustellen ist. Kurz ein paar Worte zu FT8. FT8 ist ein digitaler Betriebsmodus, mit dem man Messages versenden kann. FT8 hebt sich von anderen Modi dadurch hervor, dass man mit relativ kleiner Leistung QSOs weltweit führen kann. Der ganze Modus ist hauptsächlich Software gesteuert, also man muss da nicht allzu viel dazu beitragen und ist ideal für alle, die wenig Leistung zur Verfügung haben, bzw. welche Antennen geschädigt sind. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie das Setup auszusehen hat. Zuerst einmal müsst ihr euch die Software WSJTX am Computer installieren. Wenn ihr das installiert habt, geht ihr unter Files, Settings und im Tab General gebt ihr euer Callzeichen und den Grid ein, von dem ihr gerade funkt. Das Radio Setup findet ihr unter dem Tab Radio. In meinem Fall für das SunSDR verwende ich das Setup für das Kenwood TS480. Für CutControl stelle ich ein COM6, also Serial Board 6. Die Parameter Portrate eben genauso wie am STR, also 19200. Data Bits setze ich auf 8, Stop Bit Non, Handcheck Non. Push-to-Talk erfolgt bei mir über DDR und über das Board COM10. Sonst braucht hier nichts eingestellt werden. Audio. Als Input verwende ich das virtuelle Audio Kabel Line 1 und als Output verwende ich das virtuelle Audio Kabel Line 2. Der X-Macrus, Reporting, Frequencies, Colors und Advanced, hier braucht ihr nichts ändern. Folgende Settings Verwende ich für das STR. Erst einmal virtuelle Audio Kabel. Rx ist Line Nummer 1. Tx ist Line Nummer 2. Die Cut Einstellungen sehen wie folgt aus. Enable Cut. Ich verwende Port Nummer 5. Data Bit 8. Stop Bit 1. Die Portrate dieselbe wie zuvor. 19200. Push-to-Talk Line 9. Key Line 9. Und hier ausgeschalten. Push-to-Talk ist hier aktiviert und läuft über das COM-Port 9 über DTR. Wichtig ist noch, dass kein Equalizer eingeschalten ist und die Mikrofoneinstellungen habe ich hier auf Anschlag und Automatic Game Control ist enabled. Für den Betrieb müssen wir dann das STR auf USB schalten. So wie führe ich nun einen QSO aus? Zuerst einmal selektiere ich eine der Stationen welche hier bei Band Activity als grün angezeigt werden. Ich nehme mir hier dann zum Beispiel Versuchs mit der Station DL8LIS. Ich sehe hier sofort, dass hier Standard Messages übernommen werden und ich drücke einmal auf Enable Tx. Sobald ich das gedrückt habe, wird das STR automatisch zu senden beginnen. Sehen wir hier schon. Ich habe noch keine Antwort erhalten, also sendet das STR bzw. die Software WSJT zum zweiten Mal. Ja, hier sehen wir eine Antwort. DL8LIS hat geantwortet. Jetzt gebe ich ihm ebenfalls einen Report zurück. Hier selektiere ich die Message von dem Report. All das stellt sich automatisch ein. Nun senden wir den Rapport und die Software macht sich bereit 73 zu senden. Nun senden wir den Rapport und die Software macht sich bereit 73 zu senden. Der QSO hat geklappt, die 73 wurden gesendet. So Freunde, wie ihr gesehen habt, funktioniert das Versenden von Messages über FT8 ganz ganz einfach. Und ich möchte euch nur sagen, versucht es selbst. Es zahlt sich aus und unser Hobby ist ja ein Experimentier-Hobby. Damit kann ja nichts schief gehen. In diesem Sinne, beste 73. Man sieht sich demnächst auf eurem oder auf meinem Kanal. Tschüss, Pfiat euch! – Schau mal, bitte! Ich mache das als auch. Dr. Und wenn du mich in diesem Haus stehst, ¡Geschique!